Musik Ich war heute Gast bei der Verkündung der Meisterprüfungsergebnisse, der Bäcker, Fleischer und auch bei den Verkaufsleitern. Es ist immer wieder ein sehr schönes Erlebnis, hier in die glücklichen Augen zu sehen, die Erleichterung der Teilnehmenden zu sehen, wenn sie eben einfach diesen großen Schritt in ihrem Leben eben auch einfach gegangen sind. Bei der Überreichung immer ein ganz tolles Erlebnis, immer der Prüfungsausschuss mitzugehen, alle Dozierenden, die eben auch für den Erfolg mitgearbeitet haben. Besonders gefreut hat mich, dass Herr Boddenberg als Mitglied des Hessischen Landtages den Weg zu uns gefunden hat. Ein passionierter Fleischer, der sich seit vielen, vielen Jahren für sein Gewerk und die Nahrungsmittelberufe eben einsetzt. Mein Name ist Samuel Wittkamp und ich habe heute erfolgreich den Meisterbrief absolviert. Mir hat es heute extrem gut gefallen. Allein schon durch die vielen emotionalen Reden, die gehalten worden sind, die auch sehr passend waren. Ich fand es schön, dass wir alle dann auch Applaus bekommen haben, wo wir es dann abgeholt haben. Ich bin die Madeleine Fenninger und habe heute meinen geprüften Verkaufsleiter bestanden. Das war ja vorher noch die Prüfung und danach gab es die ganzen Reden von den Dozenten und vom Schulleiter und es war echt richtig schön und sehr emotional.